Hallo, ich bin Elie Jenix und das ist der 18. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Also der letzte Part, der war ja sehr entspannend. Wir waren gemeinsam mit der ganzen Familie im Wasserpark und dann waren wir noch bei diesem Handel. Also eigentlich sind Lenny und Emma nur draußen herumgesessen und haben sich ein wenig besser kennengelernt. Und wie du siehst, nehme ich diesen Part genau nach dem letzten Part auf. Ich bin ja wie gesagt auf Urlaub und muss deshalb ein wenig vorproduzieren. Bevor wir rein starten, noch eine kurze Erinnerung an meinen 10 Stunden Stream. Dieser findet am 18.09 vermutlich ab 10 Uhr auf Twitch statt. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Spiele, Gewinnspiele und Challenges geben. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Also folg mir am besten schon mal auf Twitch, damit du nichts verpasst. Und jetzt starten wir in den Part hinein. Und dieser Part startet wie viele andere unserer Parts auch. Die Kinder sind noch am Schlafen. Es ist noch nicht mal 5 Uhr früh und Emma steht schon in der Küche. Aber heute ist ein besonderer Tag und zwar bereitet sie gerade eine weiße Torte vor, denn heute haben die Drehlinge Geburtstag. Sie denkt gerade über ein Familienmitglied nach. War das ihre Schwester? Ah, das war Leo. Sie hat gerade über Leo nachgedacht. Und da haben wir die kleine Brigitte. Oh, ist sie süß. Übrigens hat jemand von euch den Namen Bridget für sie vorgeschlagen. Der passt wirklich sehr, sehr gut. Eben weil es das Äquivalent zu Brigitte ist. Und deshalb werden wir sie natürlich umbenennen, sobald wir sie einmal zu Gesicht bekommen. Denn gestrigen Tag habe ich Offscreen gespielt. Emma hat einfach jede Menge Dinge eingemacht. Wir haben Geld verdient und Rechnungen bezahlt. Und tatsächlich haben wir auch noch 500 Simoleons übrig. Und heute wird eine große Geburtstagsfeier stattfinden. Übrigens kann es leicht sein, dass dieses Video ein wenig kürzer oder ein wenig hektischer wird als meine anderen. Ich sollte eigentlich schon seit 15 Minuten streamen und deshalb bin ich gerade ein bisschen unter Stress. Violette hat jetzt ein Monster entdeckt, das unter ihrem Bett wohnt. Okay. Und Violette ist noch immer verängstigt. Stimmt, sie hat ja Angst im Dunklen. Achso, nein. Jetzt hat sie Angst, weil sie ein Monster unter ihrem Bett gesehen hat. Wie werden wir diese Angst im Dunklen los? Hm. Ich habe leider keine Ahnung. Und Violette freund dich doch einfach mit dem Monster an. Kannst du das nicht? Reden. Mit Monster unterm Bett reden. Okay, der Versuch ist gescheitert. Alles klar. Und haben wir die Torte schon fertig? Wo ist die Torte? Hier haben wir die Torte. Dann geben wir sie in die Mitte vom Tisch und werden Geburtstagskerzen hinzufügen. Damit ja niemand ein Stück nimmt. Dann werden wir jetzt gleich das Ereignis planen. Und zwar eine Geburtstagsfeier. unsere Trillinge haben Geburtstag. Daisy, Ivy und Violette. Dann laden wir ein. Wir werden einladen Leo, Haru und Scarlett und dann noch Gabriel. Ich glaube, die Chance werden wir jetzt nicht einladen, weil das ist ja irgendwie doch der andere Teil der Familie. Und dann feiern wir heute eben nur im kleinen Kreis. Cater Mixer und Entertainer brauchen wir auch nicht. Wir wollen die Party hier steigen lassen. Hier, Potters Home. Sehr, sehr gut. Und wir starten um zwölf. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Oh, wie süß ist sie. Sie kümmert sich jetzt um das Monster unter dem Bett. Gut, Ivy, ja, du möchtest dabei zusehen. Alles klar. Musst du aber eigentlich nicht. Du könntest dich mal um unsere Hühner kümmern. Und zwar wirst du Eier einsammeln, Butter in der Nähe verstreuen. Und sehr gut. Es leben noch alle drei. Genau das wollte ich sehen. Ich hoffe, es bleibt so. Was haben wir noch zu tun? Emma, könntest du dich um den Garten kümmern? Pilze können wir weiterentwickeln. Dann können wir hier einmal alles ernten und hier können wir alles ernten. Und auch das können wir weiterentwickeln. Also der Garten läuft wirklich, wirklich gut. Und ich finde es auch cool, dass wir jetzt hier solche Pflanzen haben. Vor allem, dass wirklich Bananen hier wachsen. Ein bisschen seltsam aus, aber ich finde es ganz cool. Daisy ist tatsächlich noch immer am Schlafen. Also sie ist die einzige, die niemals Albträume hat. Alle anderen haben ja so ihre Probleme. Oh, ich finde es so cool, dass Ivy sich so gut um die Hühner kümmert. Nein, Ivy macht keinen Ausflug ins Planetarium. Wir haben Sommerferien. Aber irgendwie versteht dieser Mod das nicht. Ähm, Violet scheint wütend zu sein. Angst vor Monster unter dem Bett. Äh, okay. Na, eigentlich geht's ihr gut. Oh, und sie hat schon wieder ein Bild fertig gemahlen. Das können wir dann gleich mal auf ihre Wand hängen. Und irgendwie bekommen wir jeden Tag die Benachrichtigung vom T-Treff. Finde ich schon ein bisschen nervig. Dann kann sie eigentlich mal Sommerbastelarbeiten herstellen. Gut, was machen die anderen? Wie geht's den ganz Kleinen? Äh, was macht ihr denn? Sie wollen Daisy aufwecken. Ja, gut. Und jetzt haben wir eine neue Benachrichtigung über Emma bekommen. Es ist beinahe, als würde jemand ihr Leben kontrollieren. Wird Emma ihre Träume letztendlich verwirklichen können? Oder wird derjenige, der ihr Leben kontrolliert, verhindern, dass ihre Wünsche wahr werden? Hä? Äh, keine Ahnung, um was es gerade geht. Sie wünscht sich, inspiriert werden und mit jemandem zu flirten. Und sie hat die Angst vor unerfüllten Träumen. Alles klar. Na, dann hoffe ich, dass sich ihre Träume erfüllen werden. Also sie will ja jede Menge Kinder bekommen. Oh, wir müssen Kleinkind, Kind oder Teenager fünfmal Maß regeln. Wieso haben wir das noch nie gemacht? Unsere Kids machen ja eh die ganze Zeit Blödsinn. Ja, gut. Jared, dann wirst du jetzt mal Blödsinn machen. Du wirst Chaos veranstalten. Und dann wird auch Rose ein Chaos veranstalten. Und Emma kann gleich mal hierher kommen und den Kids dann sagen, dass das gar nicht so cool ist. Dann können wir Erziehung, aktuelles Verhalten Maß regeln, entschieden, anordnen, kein Chaos anzurichten. Oh, und jetzt spielt sie hier mit Jared. Och, und der macht jetzt auch in die Windeln. Alles klar. Und jetzt ist sie traurig. Ja gut, nein, dann verschöne ihr mal den Tag. Und dann können wir ihr eine lustige Geschichte erzählen. Wieso stinkt sie denn eigentlich schon wieder? Und sie ist auch voll müde. Okay, ich glaube, wir müssen ja einmal die Windeln wechseln. Kinderbetreuung, Windeln wechseln und dann stecken wir sie einfach nochmal ins Bett. Anscheinend hat sie in der Nacht nicht sonderlich gut geschlafen. Gut, macht sonst noch irgendjemand Blödsinn? Okay, Violet macht hier ein paar Sit-Ups und Daisy. Was macht Daisy da? Ach, sie sitzt einfach da. Süß. Ja, dann kannst du dich eigentlich auch mal mit deiner Schwester unterhalten. Wir werden sie einmal mit Schwarm necken und dann werden wir unseren imaginären Freund beschreiben. Ich glaube, diese beiden haben nämlich eine sehr gute Beziehung, aber halt auch so ein bisschen eine Beziehung, dass sie sich die ganze Zeit so ein bisschen gegenseitig verarschen. Und ihre Freundeskreise sind ja auch ganz, ganz unterschiedlich. Also ich bin wirklich gespannt, wie sie dann als Teenager werden. Und sie sind ja schon gleich Teenager. Ich freue mich schon so drauf. Die Geburtstagsparty fängt bald an und los geht's. Wo bleiben denn unsere Gäste? Und Gabriel ist schon hier und Violet möchte sofort mit ihm plaudern. Wir werden ihn einmal umarmen und dann werden wir ihm über die Sommerferien etwas vorsingen. Übrigens, was ich fast vergessen hätte, während ich den gestrigen Tag durchgespielt habe, haben wir ein Brutei bekommen. Dann können wir das hier ausbrüten. Das werden wir gleich machen. In Hühnerstall ausbrüten. Okay, sehr gut. Sind unsere anderen Gäste schon gekommen? Oh, und hier haben wir Scarlett. Sie sieht so toll aus. Das ist so ein schönes Outfit. Und hier draußen haben wir Leo. Der scheint auch sehr sportlich zu sein. Daisy, sprich mal mit deiner Oma. Wir werden ihr eine Fantasiegeschichte erzählen. Und dann werden wir ihr eine brillante Idee mitteilen. Und Ivy, was machst du? Du möchtest mit Leo plaudern. Alles klar. Und Emma kann ja dann mal mit Haru sprechen. Wir werden über Kochen reden. Warum auch immer. Vielleicht möchten sie das. Und dann werden wir von Gartenarbeit schwärmen, weil das ist momentan so unser Leben. Gut. Und dann können sich aber alle schon langsam mal hier versammeln. Denn Daisy wird jetzt gleich mal die Kerzen ausblasen. Warum rennen die eigentlich durchs ganze Haus? Wieso können die nicht einfach hier im Wohnbereich bleiben? Gut. Dann kommt alle hierher. Alle hierher. Wir bilden jetzt eine Gruppe mit Gabriel und mit Leo und mit Scarlett. Und dann versammeln wir uns alle hier. Emma macht schon alles richtig. Sie... Nein, wo ist Haru? Jetzt habe ich Haru vergessen. Was macht Raul da? Wir haben ihn doch gar nicht eingeladen. Ja gut, aber wenn er schon da ist, können wir ihn natürlich nicht ignorieren. Okay. Jared, wie wäre es, wenn du mit deinem Vater sprichst? Red mal mit ihm über Superhelden und über einen LKW. Und dann werden wir ihn auch einmal noch liebevoll umarmen. Okay. Irgendwie wollen diese Sims sich nicht in der Küche versammeln. Was ist immer mit denen los? Wieso nicht? Könnt ihr nicht einfach das machen, so wie ich es will? Ist das so schwer? Kommt alle in die Küche? Ja, okay. Jared und Raul können draußen bleiben. Und dann wird jetzt unsere Daisy Geburtstag feiern. Und zwar genau jetzt. Wird sie sich hier etwas wünschen? Daisy feiert Geburtstag. Schau dir alle zu. Oh, es freuen sich alle voll. Juhu, Daisy. Go, Daisy. Willkommen im Leben eines Preteens. Ja, ich habe den Preteen-Mod. Ich hoffe, er funktioniert noch. Oh, jetzt habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Oh nein. Teenager sein. Liebesqualen, verschwitzte Sporthosen und hormonelle Veränderungen warten. Steig am besten in die Stiefel. Der Ritt beginnt hier. Also, unsere Daisy. Sie ist ja fröhlich, ein Bücherwurm, ein Genie. Und irgendwie möchte ich sie sehr modebegeistert machen. Also vielleicht sogar ein bisschen oberflächlich, dass sie eben sehr darauf schaut, wie sie aussieht und was um sie herum passiert. Keine Ahnung warum, aber so jetzt durch ihre Kleidung und auch durch ihre Freundin Navea, habe ich so irgendwie das Gefühl, dass das ganz gut zu ihr passen würde. Also Party-Löwin, das würde ich irgendwie gerne Violet geben. Sonst gebe ich ihr vielleicht Snob. Diese Sims können minderwertige Objekte kritisieren, reagieren gelangweilt auf anspruchslose Fernsehprogramme und gewinnen in Gesellschaft anderer Snobs an Selbstsicherheit. Weil wenn ich mich richtig erinnere, ist ihr Großvater ja ein Snob, also Haru. Und irgendwie wird das ja dann auch ganz gut passen, finde ich. Und ansonsten, ja, ist da jetzt nicht wirklich etwas dabei? Oder wir machen sie einfach gesellig? Ja, ich glaube, ich mache sie einfach gesellig. Das ist neutral, aber passt trotzdem ganz gut zu ihr. Oder selbstsüchtig wäre natürlich auch etwas. Diese Sims denken nur an sich. Was könnten wir denn sonst machen? Ich weiß nicht, Insider vielleicht? Diese Sims lieben es, einer Gruppe zu sein und sind in der Gesellschaft von Freunden am glücklichsten. Nein, das passt auch nicht so ganz. Vielleicht gebe ich einfach ordentlich. Diese Sims sind glücklich und haben Spaß, wenn sie Haushaltspflichten erledigen, können in einen Putzwaren verfallen und fühlen sich in schmutzigen Umgebungen extrem unwohl. Ich glaube, das klingt nach ihr. Also es ist ein bisschen Snobby, aber nicht wirklich Snobby. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann wählen wir das als Bestreben. Was gibt es hier bei Teenager jetzt neu? Intensives Leben. Dieser Sim möchte so gut es geht vom Leben profitieren, indem er sorglos und ohne Regeln lebt. Bewunderte Ikone. Dieser Sim möchte ein berühmter, einflussreicher Trendsetter sein, eine wahre Ikone. Drama-Lama. Dieser Sim wünscht sich jede Menge Drama und zwar ständig und dennoch zielorientiert. Dieser Sim möchte der Beste sein. Notencheck, Sportcheck, Geldcheck. Die Straße zum Erfolg wird geebnet. Puh, das ist wirklich, wirklich schwer. Ich finde, zu ihr würde nämlich zielorientiert sehr gut passen, aber irgendwie auch bewunderte Ikone. Also es wäre auch cool, wenn sie so eine einflussreiche Trendsetterin werden könnte. Dann gehe ich aber glaube ich eher über bewunderte Ikone und dann könnten wir mit ihr zum Beispiel auch in diesen Secondhand-Shop und irgendwie ein Social-Media-Profil erstellen, also dass sie so in Richtung Influencer vielleicht geht und eben auch Secondhand-Klamotten verkauft. Ich glaube, das würde sehr, sehr gut zu ihr passen. Okay, und das ist unsere Daisy. Wie sieht sie aus? Oh mein Gott, sie ist so süß. Wie süß kann man sein? Okay, gut, bevor jemand die Torte angreift, ganz schnell nochmal Geburtstagskerzen hinzufügen und es geht weiter mit unserer Ivy. Ivy, wo bist du? Du musst jetzt auch etwas wünschen, denn auch du wirst jetzt zum Preteen. Also ich glaube, welches der neuen Merkmale wir Ivy geben, ist euch allen klar, oder? Oh, und hier feiern wir jetzt ihren Geburtstag und dann wird auch unsere liebe Ivy älter. Und auch Ivy ist jetzt ein Preteen und wir geben ihr, wie gesagt, ich glaube, ihr habt euch das schon gedacht. Ich möchte ihr sozial unbeholfen geben. Diese Sims tun sich bei sozialen Kontakten schwer und bauen langsamer Charisma auf. Wenn sie es jedoch schaffen, ihre Unbehaglichkeit und Nervosität zu überwinden, um enge Freundschaften zu schließen, erhalten sie starke Stimmungen. Ich glaube, das passt perfekt für unsere Ivy. Und jetzt beim Bestreben. Ja, also ein Teenager-Merkmal passt zu ihr auf keinen Fall. Ich glaube, ich gebe ihr Tierfreunden, wobei das halt eher mit Hunden und Katzen ist oder Natur. Landschaftspflegerin, das finde ich großartig. Wir geben ihr jetzt das Bestreben Landschaftspflegerin. Übrigens, wenn ihr da irgendwelche anderen Ideen habt, also für die Merkmale oder für die Bestreben, lasst es mich einfach wissen. Ich kann das natürlich jederzeit wieder ändern. Gut, und so sieht unsere Ivy aus. Ein bisschen ein wildes Make-up. Und sie hat auch eine Pride-Flagge. Und zwar ist das die Non-Binary-Flagge. Also eben für nicht-binäre Menschen. Also für all jene, die sich eben außerhalb des Spektrums von männlich und weiblich sehen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ob das wohl ein Zeichen ist? Glaubt ihr, ist Ivy nicht-binär? Also kann natürlich sehr, sehr gut möglich sein. Treibt mir da eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Aber das könnte natürlich sehr, sehr gut möglich sein. Aber gut, jetzt noch einmal schnell Geburtstagskerzen hinzufügen für unsere Violette. Denn natürlich hat auch sie heute Geburtstag. Und nun darf auch Violette sich etwas wünschen. Und jetzt stehen alle im Weg herum. Lasst Violette durch. Sie muss Geburtstag feiern. Und jetzt wünscht sich Violette etwas. Ich bin auch schon so gespannt, wie sie aussieht. Und alle haben sehr Hunger. Das ist nicht gut. Oh, und Gabriel und Emma haben sich anscheinend schon wieder gestritten. Irgendwie streiten sich die die ganze Zeit. Und jetzt wird auch Violette zu einem Preteen. Oh, bei Violette können wir sogar zwei Merkmale auswählen. Dann wird sie natürlich kreativ. Und als zweites nehmen wir, denke ich, da könnten wir Partylöwe nehmen. Diese Sims lieben Partys und lassen das auch alle anderen wissen, indem sie für Stimmung sorgen und Partytricks ausführen. Ich glaube, das passt für Violette wirklich, wirklich gut. Und hier können wir ihr nämlich auch eins der Teenager bestreben geben. Und zwar hätte ich gesagt, intensives Leben. Dieser Sim möchte so gut es geht vom Leben profitieren, indem er sorglos und ohne Regeln lebt. Das klingt nach unserer Violette. Wow, wie cool sieht Violette bitte aus. Und auch sie hat eine Pride Flag in der Hand. Also sie hat eben die lesbische Flagge in der Hand. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob das etwas zu bedeuten hat. Finde ich beides sehr, sehr cool. Also können wir natürlich sehr, sehr gern ins Let's Play mit aufnehmen. Da es ja irgendwie vom Spiel so gewollt ist. Ja, dann wird unsere Ivy nämlich nicht binär und unsere Violette wird lesbisch. Aber gut, ich habe euch ja schon vorgewarnt, dass dieser Part ein wenig kürzer wird, weil ich heute noch einiges zu tun habe. Und deshalb werde ich den Part jetzt an dieser Stelle beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!